schauen wir mal rein in position ach ja falsch gedrückt egal die dicken von denen würde ich ja gerne ein von denen würde ich ja gerne einen gefangen nehmen hier in den tresen ich mache mich los 34 prozent nur na gut verflucht dann macht das ich hat er kann mal versuchen die wand ist weg aber das ziel steht noch ich muss hier realisieren die die elisabeth muss sich ein bisschen in deckung bewegen Au, au, au. Das ist gut. Jetzt kommen wir jetzt, Banate? Alter, alter, alter. Okay, jetzt versuchen wir mal einen gefangen zu nehmen. 70 Prozent, weil wir ihn schon geschwächt haben. Fein, fein. Du rückst ein bisschen auf. Röke vor. Ah, verflucht. Ey, Elisabeth, warte nochmal. Die kann vielleicht gleich noch heilen. Röke, Feuer eröffnet. Ach, Schande. Keine Ziele. Der M.G. halt auf. Ich kann auch nichts sehen. Das gibt's doch gar nicht. Dann lädt er jetzt nach. Kojo geht auf Feldposten. Elisabeth geht in Deckung und heilt sich selbst. Röke vor. Sie treten den Rückzug an. Sie rücken vor. Ja, was denn nun? Sie kommen über die Seite. Nicht noch eine Granate. Das ist unfair. Kritisch verwundet. Sie verlagern den Angriff. Sie geht's gut. Du musst jetzt was tun. Nicht spurten. Ich mach mich los. Alles klar. Er hat jetzt 72%. Das schafft er. So, jetzt geht Elisabeth einen vor. Das ist jetzt egal. Da muss sie nicht. Da muss sie stabilisieren. Hat das jetzt geklappt oder nicht? Und Kojo sieht nichts. Da muss sie stabilisieren. Nee, hat nicht geklappt. Richard verblutet in zwei Runden. Ach so, das ist der andere. Hier, stabilisieren. Jetzt kann man noch keinen sehen, dann geht er auf Feldpresse. Ich habe alles im Blick. Kojo sieht auch nichts. Ach du Scheiße. Nein. So, und jetzt waren hier noch Verletzte. Ein weiter. Okay. Du bist gleich wieder im Gefecht. Okay. 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 Einmal hier hin. Ich bin unterwegs. Und nachladen. Wir laden uns entsichert. Okay. 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 Okay.